Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Das ist der Random Shit Videogames Mittwoch und nicht Battlefield 4, aber mit Battlefield 4 Denn ich mache ja jetzt kein Battlefield 4 mehr, sondern habe mir gedacht, komm Das spielst du so selten, hauchst du doch einfach in den Random Shit Videogames Mittwoch manchmal ran Und ich habe gesehen, deswegen spiele ich das jetzt, dass da eine Wildstrike, das DLC jetzt da ist Und natürlich habe ich das direkt erstmal installiert Und dann spielen wir Operation Mörser Die Karte kenne ich mir wieder überhaupt zu null Und ich sehe schon direkt, dass eine Venom Holen wir uns aber nicht, wir spielen mal den Pionier mit der G36C, weil wir die so geil finden Und gehen wir mal direkt dahin Was? Hey Camperage, willkommen to Sixth Blablabla Bilde ich mir das ein, oder ist die Grafik gerade irgendwie voll scheiße? Was ist da los? Option Grafik Was ist da los? Dann muss ich mal ganz kurz auf und aus machen, weil sonst leckt das gleich Also sonst konstantbild und dann ist auf und aus Also bis gleich So und weiter geht's Ich habe mich jetzt mal erstmal alles auf hochgestellt Kann ich das nicht eigentlich manuell auf Ultra stellen, oder geht das nicht? Das gucke ich jetzt irgendwann sonst nach, da könnt ihr auch direkt mitgucken, ist jetzt kein Problem Kann ich nicht in die... da, guck mal Ultra, warum habe ich das nicht gesehen? Nicht du? Ja, dann nochmal bis gleich Oder warte mal, oder kann ich das einfach so machen? Mal gucken, ob das geht Er ist jetzt übernommen Ich bin jetzt aber irgendwie nicht so sicher Ich mach mal ganz kurz hier, ähm Ja, ich komme sofort wieder Moment So, und jetzt geht's doch wieder weiter Oh, es ist ja wieder ein richtiges Premium am Anfang Ich bin schon gestorben und alles Es ist um die Grafikeinstellung wieder neu herzustellen Oh Jetzt boll ich plötzlich hinter mir Oh, geil Da ist der schon Nein Oh, getroffen Fahrtöchnung Ich gekillte, aber immer getroffen Und ich glaube, die Runde ist gerade fast zu Ende Boah, ist das ein Premium-Start, sagst du? Aber egal Dann gehen wir noch einmal ganz kurz in die Venom rein Weil wir nach so den... Da ist irgendwas nicht richtig Da ist irgendwie was komisch verpixelt Ah, nee, warte mal Jetzt muss ich das langsam auf die Textur Was ist da los mit dem Spiel? Cool, danke Hui Oh, Gott, das geht Kuh Haha Biki Nö Grummel, grummel Mir egal Fucking terrible Oh, der Runde scheint für die nicht ganz gut gelaufen zu sein Also ich glaube mal, die hatten da irgendwie eine schlechte Runde Habe ich nur so in der Vermutung So irgendwie so ein bisschen Boah, das kriegen wir bestimmt für die Erfahrung Richtig viel so Boah Hey, 1633 Fürs Nichts machen Guck mal, da stehen wir Hier Neu Kamps Bums Zwei Tode Boah, richtig Premium Und einer von können wir noch nicht was dafür Geiler Start, oder? Also ich finde, das war der beste Start in dem Random Shit Video, der Games mit Worten Wenn ich jemals hatte Ja Guck mal hier 100 Level 120 Ich immer noch mit Level 20 Boah, krass wie Ich sehe fast gar keinen mehr unter Level 20 Ich sehe gar Ne Ich korrigiere mich Ich sehe gar keinen unter Level 20 Alter Das ist ja voll krank Gibt es ja irgendwie keinen neuen Spieler oder so Alles die alten Spieler Ja, komm Das ist bestimmt voll scheiße gewesen, das Geräusch Na komm, schön Mach endlich go hier Wir wollen die nächste Korte sehen Vergessene Inseln In der Wallstrike Eroberung Geil Die vergessene Inseln? Ich habe keine Ahnung, was das für eine Karte ist Aber ich sehe einen Koffer Und diesen Koffer werden wir uns holen, weil wir cool sind Mit dem Koffer ist wahrscheinlich eine Bombe drin, die wir irgendwo planten müssen Das habe ich ja noch nicht verstanden, ne? Wieso hat man eine Bombe in einem Koffer drin, um die dann irgendwo draufzulegen Und dann macht man das, wenn da so ein Riesenkrieg ist, wie Zeit immer ist Ich gehe mal in den Phantan rein Vor allem nach so langer Spielzeit, äh, nach so langer Pause Jetzt einmal Spielzeit Lass man direkt in den Jet rein Kein Sound Okay Oh cool, ich habe keinen Sound Wunderbar Boah, ich mache das immer noch gerne, ich weiß nicht Einfach so reinfliegen, ich liebe das Boah, ich hoffe, der hat auch schon Ich hoffe, der hat auch schon Ich habe es heute nicht so, ne? Irgendwie verspreche ich mich dann dauernd Boah, krass Muss ich verarschen? Schreckt der Eiscuit aus? Warten wirks dann Ich werde beschossen Von wo? Alter Achso, von da oben Ach, von da oben Alter, hat er doch nicht so viel Schall durchbekommen, wenn ich im Jet in dem reingeflogen bin, oder? Ist ja öde Und ich dachte, der kriegt jetzt voll den Bomben-Damager durch Weißt du was? Ich glaube, wir nehmen jetzt mal Aufklärer Und spielen mit Sniper ein bisschen Und zwar auf B Irgendwie noch rumläuft Ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen Ich habe das Spiel schon ewig Nichts mehr gespielt Das ist bestimmt schon auch wieder so zwei, drei Monate her Schlimm, oder? Oh, ich wollte aufs Dach draufgehen Fuck, der Invisible Shopper Ja Wie, kann ich nochmal zoomen, oder? Ah, ich habe gar keinen Zoom drauf, ne? Boah, das ist mit Sniper geil Boah Okay Dann gehen wir noch den Weg zu A Wir haben Einsatzziel Alpha neutralisiert Ach, schade Das wäre so geil Den aus dem Jet rauszuschießen Ich habe es einmal geschafft Ich habe es einmal geschafft Den Piloten aus dem Schiff rauszuschießen Ey, aus dem Schiff genoss Ich bin aus dem Flugzeug da Aus dem Jet, mein Gott Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta verloren So Hilfe, Einsatzziel Alpha ist jetzt unter unserer Kontrolle Enten ist D Da ist ein feindliches Boot, nördlich von dir Nördlich? Also in die Richtung irgendwo Mal gucken, ob wir da irgendwo hübschen lassen Ob wir da irgendwo was gammeln sehen Das müssen wir doch irgendwie treffen können Achtung, unsere Systeme fallen aus Wir wurden Einsatzziel Echo Achtung, unsere Systeme fallen aus Wir wurden Sieht ja kein Fußsohn da an oder so Na komm, irgendwer muss doch da rumlaufen Ich bin Group Leader, warum will ich das nachgehen? Ist mir gar nicht aufgefallen Da ist ein feindliches Boot, nördlich deine Position Wir haben Einsatzziel Echo erobert Ich weiß nicht, ob man da hoch kann So Hallo Oh ja Oh ja Oh ja, ist das geil Oh ja Oh Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Charlie verloren Fuck off, shit Ach, ich bin irgendwie grad nicht so gut da drin Aber Loll Lebt ja noch Nein, ne? Nein Ich bin grad irgendwie noch nicht so ganz Richtig fit dafür Na komm, zeig dich jetzt ja nicht, du kleines Sch*** Was? Westlich von dir ist ein feindliches Fahrzeug Wir haben gerade die Kontrolle über Einsatzziel Ich guck immer zu spät da hin Der nächste der Sichtzeit ist tot Na komm Einer Ich wollt schon sagen, wir sind ja nicht gestorben Westlich von dir ist ein feindliches Boot Weißt du, wenn ich hier mit jemandem mit so einem dicken Sniper in den Bauch reinschieße Oder in die Prost Und der das überlebt Alter, ne? Respekt Aber trotzdem ist er wahnsinnig zu sammeln Krass, was krieg ich denn da gerade? Voll viele Punkte und zählen Oh mein Geil Ich freu jeden Sprünger Ich bräuchte gerne Abholung Immer bitte Abholen Hat da jemand was für mich? Wo ist der? Bist du ein Bauer? Dankeschön Kollege Warum? Was auch immer du gerade geworfen hast Achso, da liegt er Was sind die Versagen? Weißt du was? Ich hab Sichtkontakt zu einem feindlichen Panzerjäger Sündlich zu einer aktuellen Position Schmeck's die Schmeck's die Wir haben Einsatzziel Delta verloren Lecker, wa? Lecker, wa? Was schon Ich versuche jetzt mal irgendwie was zu reißen, ja? Jo, okay, ich versuche jetzt mal irgendwie was zu reißen, ja? Was ich wahrscheinlich eh nicht hinkriegen werde Ich bin sogar schon vorsichtig überhaupt einkriegen wollte Aber Wir haben die Kontrolle über Einsatzziel Delta Ob da nicht irgendwie einer steht Mit Wie hat der denn gemacht? Hallo Boot Bist du was auch, mich abzuholen? Bist du wahrscheinlich eh nicht, aber ich guck mal ob ich da ein Platz frei drauf habe So f2 so ah komm, irgendwie muss ich sagen, was hier fährst denn du hin ja, das ist definitiv fast schon richtig ja what hey hey du lass mich doch nicht einfach so rausschießen da du weißt schon, dass das weh tun kann und sich das nicht gehört, ne arschloch, ey da ist ein Kollege von mir denk ich mal da nochmal wegzellen äh ich hab'n feind des Fuß genau nördlich deiner aktuellen Position gesichtet hey einsatz 10 fraglos jetzt unter unserer Kontrolle äh okay hey Hier ist ein freundlicher Scharfschütze, Nordlich deiner Stellung. Einsatz Ziel Charlie wurde neutralisiert. Einsatz Ziel Charlie ist jetzt unter unserer Kontrolle. Kongsüge der Mubiäu. Nervlich von dir scheint ein feindlicher MG Schütze zu sein. Ich würde sagen, ich werde es verteidigen. Bist du irre? Oh, den hat es erwischt. Den hat es richtig erwischt. Oh! Oh! Ich habe Sichtkontakt zu dem feindlichen MG Schützen. Nordlich deiner aktuellen Stellung. Habe ich ihn gezoffen? Ich habe ihn gezoffen. Yes! Den Rebbymeister. Wie ist der 0-1? Achso, weil der mich nicht killt. Achso, ja, Bullshit. Ich bin wieder... Ich sage, ich bin richtig raus aus dem Spiel. So, gehen wir trotzdem dahin, um uns zu verteidigen. Wir schützen nördlich deiner Position gesichtet. Achtung, wir haben Einsatzstil Echo verloren. Boah, kannst du nicht einfach sterben, Kollege? Fuck. Ich schiebe jetzt nicht auch mal die G-36C, weil es irgendwie hier... ...der Sniper nicht ganz super mega toll ist. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre gerade besser so. Der Spitzbube, 1984. Ähm, Pionier, G-36C, spawnen wir mal direkt da. Äh, lass mich da durch! Wollen wir euch hin! Attack! Oh, der rennt einfach in den Bunker rein, träumt erst mal auf, ey. Richtig. Wir hören, Einsatzstil Echo sitzt unter unserer Kontrolle. ツボ service. Nördlich deiner aktuellen Position ist ein feindlicher IMG-Schützer. Hm. Hattest du, das nehm ich mit? Oh ne! Was macht ihr denn? Ja, weil wir haben bis jetzt keinen Panzer. Die beiden Karten waren irgendwie so... ...panzerlos. sag ich den ganzen scheiß sich laufen oder was hoch geben lasse klamotten egal da müssen wir durch das einzige was wir können ist laufen und sterben wir sind quasi das futter was in irgendwie im schiff sind als erstes aber bei dem fähre schiffen raus geht es ich stirb an einen an einen verdammt das ist in diesem moment ist jetzt gehabt immer habe ich genau das was ich nicht haben ich habe gekriegt nachher zum namen Ja, der Ninja Sniper. Der Ninja Sniper. Nur durch deine Position ist ein feindlicher MG Schütze. Wir haben Einsatzziel Charlie verloren. Komm. Was? Das kannst du doch nicht machen. Das tut doch weh. Die Golden Magnum. Oh geil. Leiden. Ja. Das muss ich auch leben. Äh. Da. Und im gleiche Schritt. Hihihi. Au, 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 au. Ich schieße, das tut nicht gut. Oh. Oh. Uh. Lass mal stecken, du. Ich hab noch einiges vor, was ich machen will. Und ich schleich mich ganz langsam an. Na. Na komm. Ich muss den töten. Scheiße. Einsatzziel Echo wurde erobert. Na komm. Dich treff ich aber. Oder? Was hast du denn hier? Oh. Spasti. Wie langsam die Rakete auch ist. Kann ja nicht angehen. Dich. Dich. Wir haben gerade Einsatzziel Bravo neutralisiert. Dich. Dich. Das tat bestimmt weh. Boah, Triple Key mit das Moor. Ich liebe das. Hey, wir haben ja nochmal was für das. Ach, das Ziel Bravo ist jetzt unter unserer Kontrolle. Schade. Schade. Ah, schade. Es geht von mir jetzt ein feindliches Boot. Es ist ein feindliches Boot. Es ist ein feindliches Boot. Jaja, Boot ist mir egal. Weil es ein Boot ist. Mhm. Waren ja nicht gerade eben noch Typen, die hier rumgelaufen sind? Die sind hier denn jetzt schon... Krass. Habt mal hier Munition für mich? Ich werde nicht. Ich werde angeschossen. Das ist nicht cool. Oh, nein. Lass mich in Ruhe. Ich will nicht sterben. Oh, stopp, stopp. Nee, nee, nee. Darauf lasse ich mich gar nicht erstellen. Die Erobern während ich hier bin. Ich brauche mal Hilfe hier. Ich brauche mal Hilfe hier. Hilfe! Einsatze, die Räder ist verloren! Nein! Doch, wie viel Leben hat er noch? 13! Nicht gut. Minder like a bell. Ja, fick dich doch. Das war aber direkt da. Dass wir aussteigen können. Und da hinschwimmen können. Weil die Position hier war ziemlich geil. Was ist das? Was ist das? Fick dich. Was? Was? Einen Schuss? Hab ich getroffen und das hat nur 14 Schaden gemacht? Am Arsch! Ja, spawn ich doch endlich jetzt hier. Komm. Boah. Ach, ich wollte grad wieder eine Kamikaze-Aktion machen. Okay, Hilfe! Na komm, Kollege. Einer von uns hat verdammt! Hier! Will ich das benutzen? Ja, sicher! Nein, 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 nein! Von allen Seiten! Und das Gunship trifft mich! Überall sind einzelne Gegner! Nein, das Gunship, das muss mich tröken! Weißt du? Lass das mal ja nicht die anderen machen. Nee, das Gunship, das muss es sein! Auf jeden Fall! Definitiv! Ist klar! Puh! Da geh' ich jetzt hin! Und dann geh ich... Warte, was soll ich jetzt gar für eine Steuerung drinnen haben? Ach, so, tot. So. Der nächste bitte. Bitte in einer langen Schlange schön gerade hinstellen. Lass ich euch einzeln nacheinander... Da oben ist einer. Jetzt nicht mehr. Feuerschutzhilfe! Wow, 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 wow! Oh, oh, oh! Ich hab ein freundliches Fahrzeug. Ah, 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 ah! Na, wo ist er dann? Er ist voll dahinterhergezogen, das Schissen. Richtig gut. Wie vielter sind wir eigentlich? Wir sind Vierter im Team? What? Wie, ich dachte, ich bin mega scheiße. Ich meine, ich bin auch mega scheiße, aber trotzdem. Da ist ein feindlicher Scharfschütze, westlich von dir. Ich möchte, dass Sie wieder auf den Weg geben müssen. Sie müssen auf den Weg geben. Ungrüßt! Warte, weinen, es bleibt bei ihm gerade. Oh, bist du tot? Das war ärgerlich. Bestlich, deine aktuellen Position ist ein feindlicher Scharfschütze. Ausrüstung zerstört! Wow! Immer schön ruhig bleiben. So. Sehr schön, Team. Jetzt nicht sowas wie sehr schön. Alles klar. Nein, 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 nein. Wir sind wieder da hinten auf der Insel drauf. Ich muss hier nur ein bisschen Angst machen, damit ich mich jetzt hier hinstellen kann und mich ein bisschen... Ah, wobei, schluss auf hinstellen. Wir gehen jetzt einfach hin. Scheiß drauf. Einfach voll Karachro rein und dann sterben. Ach so, bist du verbillter. Sorry, sorry, hab ich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Scheiße. Hm, ich fände... Ja, E-B-Boot. Ich weiß nicht, wer da unbedingt sieht, ne? What the fuck, seriously? Fuck you, bullshit. Ey, was ist denn los, ey? Also, ich habe hier voll Spaß. Und die regen sich da total auf. Nee, nee. Das zapp' ich nicht will. Ja, ich, ich, äh, pfff, ich ging fest. So. Was? Ich bin nicht rausgegangen. Was? Ich bin nicht rausgegangen, was soll das? Was? Jetzt will ich immer raus. Ahh! Ja, SIB이... Ich hasse dich, du Verschardammtesboot. Arschloch, ey. Ich gehe jetzt hin und drücke die erste Einblick … … in den KMF rein. Die dumme Brow. Warte, wo bin ich hier? Warte Ach, da war ich, oh Na, fick dich doch, hast mich schon wieder der ACB getötet Die sagen, fuck these boats Ja, ich bin, was soll ich denn sagen jetzt? Hä? 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 Was, die O1D geht gar nicht Puh Boah, da kommt gerade ein ganz kälter Wind rein Boah Ja, komm, spawn mich doch endlich, ey So Na komm Tod So Wo bin ich denn jetzt die andere Leiche hier? Ist doch gerade ein Typ hier Ich habe mich schießen Von wo Das, das ist ja Da ist mir jetzt gerade Da ist gerade eine Leiche in die Gegend geflogen Alter Wir bleiben einfach hier bei D Und hier O-Bahn Ganz alleine und friedlich Was ist da los? Ich langsam Ich habe Kontakt zu einem feindlichen MG-Schützen Südlich deiner aktuellen Position Einladung Die In die Gegend In die Gegend In die Gegend In die Gegend Fakt dich Fakt dich Guck, wenn er es nochmal macht Dann schieße ich ihn da mit meinem Komm her Scheiße Einz Ja, in einem Spiel Wo es 48 gegen 48 ist Und man auch unbedingt 1 gegen 1 machen Der gibt voll Sinn, Kollege Wenn du unbedingt 1 gegen 1 willst Dann kannst du ja mal das TRT ausprobieren Ja, aber Ich will das nicht gerade für 1 gegen 1 gemacht Finde ich Na komm Der little bird Warum auch nicht Gehen wir einfach immer alle Fahrzeuge durch Die mich über 10 töten können Und lass mich immer von jedem töten Was? Ich werde direkt verstehen Da ist ein feindlicher Panzerjäger Gründlich deiner Stellung Eigentlich wollte ich dich gerade reparieren Aber ich glaube Du brauchst keine Reparatur mehr Okay Da fährt ein Quads durch die Gegend Why not Da sind ein paar Einheiten zu Fuß unterwegs Oh krass Da war irgendwie was von Skype Mir ist jetzt aber egal Ich höre wie die gerade Musik langsam ertönt Und versuche Jetzt geht sie los Zumindest noch ein Gehtner zu finden Aber mit 15,17 Dafür, dass ich so lange nicht mehr gespielt habe Bin ich eigentlich einigermaßen zufrieden Ende Nöp Boah, Alter, wie sie sich aufregen, ey Dann gucken wir uns noch ganz kurz hier Die ganzen schönen Tickets an, die wir so bekommen Und dann Yes Sag ich dann mal Dankeschön fürs Zuschauen Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen Wenn ja, gebt einen Daumen nach oben Wenn nein, gebt einen Daumen nach unten Über einen Kommentar freue ich mich auch immer gerne Und falls ihr mehr davon sehen wollt Bitte einen auf den Abonnier-Knopf drücken Dann haut rein bis zum nächsten Mal Tschödelö